Hallo zusammen, ich bin ein bisschen draussen, es ist halt mega schön, aber nicht zu kalt, aber leider auch nicht zu wagen, aber mir ist ein bisschen langweilig gewesen und ja, macht so viel Spass im Video. So, wir werden dann einfach nicht zu viel mit euch gucken, und Videos machen wir hier in diesem Land. Ja, das tut sich gut. Aber sobald es wieder wärmen wird, dann schaue ich, dass ich schon ein wenig in der Stadt kommt. Ich dachte, ich komme mal schauen, was es dort ist. Ich muss schon mal schauen. Aber mein Mann bin ich nicht mit dem Kempsttreber gewesen. Ich werde nicht verständlich. Das macht es mir einfach nicht einfach. Und ich komme auf jeden Tipp und dann kann ich dann schauen, ob ich es umsetzen kann. Und da wieder so überall die Karte, wo wir wollen. Und dann kann ich es umsetzen. 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 Und wenn ich jetzt in der Stadt wollen würde, hätte ich vielleicht auch etwas mehr Möglichkeiten. Aber nach dem Lamm ist wenigstens ruhig. Und ab und zu ist es schon schön. Auch ein bisschen ruhig. Ruhig. Ja, ruhig sind. Ruhig. Ja. Und dann kann ich es umsetzen. Und dann muss ich es umsetzen. Und dann müssen wir die Karte schieben. Und dann kann ich es umsetzen. Und dann kann ich es umsetzen. Ja. Dann können Sie immer noch etwas Karte nachgeschieben. versuchten. Verwirren. Ich würde gerne. Heim zum NDR auswiebeln. Ähm. Einfach nicht typisch auf die Sache, aber typisch typisch auf die Sache, und der ist auch nur so. Jetzt können wir nach oben, wenn ihr leider hilft, ist es auch nicht. Vielen Dank. 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 Ja. Ciao.